Wenn ich meine Fitbit trage, fühle ich mich selbstbewusster. Ich war eine Weile nicht mehr aktiv und mein Freund und ich haben uns vorgenommen, wieder etwas mehr für unsere Fitness zu tun. Der Blick auf die Daten hilft mir, mich zu motivieren. Wenn ich einen hohen Schlafindex habe, weiß ich, dass ich mich bei meinem Training anstrengen kann. Durch die verschiedenen Trainingsmodi habe ich die Möglichkeit, neue Workouts auszuprobieren. Krafttraining macht mir wirklich Spaß. Ich fühle mich stärker und fitter. Ich liebe meine Fitbit Charge 6. Vielen Dank.